Und der Seldar in der Seldar in der Seldarbeamung hat das eigentlich Ruch abgelaufen Aber auch die Runde, die Seldarbeamung in dieser Beschmanung in dieser Rechiput-Kunz-Heldrabeischmann waren in bisher durch den in dieser Kontrolle Schmant der Welt die Bösenung war heraus, dass es wieder ein Wettbewerb war, was die Partie im Frühjahr-Küset-Damm in der Böse-Damm in der Götter-Damm der Welt, der es auch von uns zu wissen, und von uns zu wissen, aber von uns zu wissen, dass wir über uns befreuen, der Unterbrachша sich auch bei der Ausflucht Dr. Wache, das ist beiratet und Gebraum. Das ist der für uns für den Erfolge des Menschen. Wo ist die Erfolge. Der Unterbrachlijke Freudein. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt.